moin zuckerfreunde willkommen zu einer neuen folge resident evil village so ich war im brunnen letzte folge und tilo wird jetzt denke ich mal noch mal mit dem boot fahren in die andere richtung war ich will erstmal in die tür wenn wir da reinkommen das ist das schloss das gehört zum schloss glaube ich da sind wir doch rausgekommen nein da sind wir rausgekommen oder da sind wir geflohen auf jeden fall verschlossen im schloss ich laufe 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 zwischen den fans da ist noch eine schwester die überlebt hat ich guck das hatten wir noch nicht so ein rätsel stimmt so richtig das weiß ich auch noch nicht das besuch ja dass sie kommen durch das war schön den ersten schluss daneben gesetzt ja sehr gut schön in die fresse aber warum hängt das schwert noch fest warum löst sich das schwert wieder auf er löst sich auf leider leider was denn ich hoffe es klappt ja ich hoffe er lebt und jetzt pass auf kurz davor richtet zusammen ja wahrscheinlich das ist bestimmt schon so ach komm schon ja geht doch du darfst abdanken deshalb hat er auch in dem nichts verloren kein drop mir reach bitch schmeiß die fuffis durch den klopp und schrei okay nicht länger sonst gibt es länger richtig kohle oder aber du gehst jetzt nicht wie zu duke erst gegen ende dann kann es wieder der totes bockler das war es ja aber geil dass du da noch mal rein bist ich dachte das ist einfach nur der eingang zum schloss irgendwie aber du weißt ja ich habe immer eine orientierung wie eine bock das ist komischerweise nur in spielen so im real life geht das eigentlich im real life ist es noch schlimmer nein das ist eher die frau meine Frau schafft es sogar sich zu verfahren obwohl sie ein Navi vor sich hat du schaffst es sogar dich zu verfahren obwohl du gar nicht im Auto sitzt ach ist das nicht schön hier da waren die scheiß Puppen stimmt da war die Brücke dazu und noch ein weiter bist du ja wieder zurück so ist es zurück aber wir wollen hier noch so ein bisschen backdraften wow wollen wir noch ein bisschen Zeit ziehen leider leider oh hier kommt es oh hier ist noch etwas ja wahrscheinlich finde ich jetzt hier auch noch irgendwie ein Geheimnis oder zwei meinst du sag mal was sagt die Karte die Karte sagt wir sind am Arsch gar nichts sagt sie ich gucke mir erst mal links Fische und erlesen das ist bestimmt ein erlesener Fisch meinst du die Goldene ja Bäm ja feinster Fisch geil feinster feinster alles egal ich weiß guck mal wie Karte ob wir da wieder hin können oder ob das gar nichts nicht mal durchgestrichen ne was ist das hier für Kabel egal so ein blöder Fisch okay Fisch 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 und eine Höhle eigentlich wäre das ja jetzt dein Part hier sicher ja hallo ach dann muss man auch nach rechts ah ok leider leider ist aber ja auch Blut an der Knarre ich habe doch nur Fisch erschossen Fisch oh ja Frontgriff für irgendwas oha also hier kommt auf jeden Fall gleich was oha DNA Sequenzierung abgeschlossen 99,95%ige Übereinstimmung mit dem Dullway Mutamycet Klammer auf die Abweichung ist mutblaslich Resultat künstlicher Veränderungen durch den Menschen Klammer zu was bedeutet dass sich hier vermutlich die Quelle befindet weitere Untersuchungen notwendig wie die Connections den Pilz finden und extrahieren könnten die Pilzkolonie erstreckt sich unter dem gesamten Dorf im Fall Belka hat sich gezeigt dass die Wirte des Mutamycets Teil eines Bewusstseins Netzwerks sind wenn dieses Netzwerk hier angebunden ist können wir dann davon ausgehen dass dem Organismus hier die Rolle eines Datenspeichers zukommt und wenn das der Fall ist welche Daten hat Miranda es abgesehen ich glaube hier ist nichts das ist einfach nur aber das hat eben so gegrummelt ja das stimmt kannst du die Figur damit nehmen welche Figur das ist keine Figur das sah echt ohne Scheiß das sah aus einer Ebene im Augenwinkel aus wenn er noch nicht gut steht die wollen dich da auf jeden Fall nicht mehr rauslassen da hmm da oh ja ja Spaß so ja that fahren du Ja, das sieht so ein bisschen aus wie der Pilz, ne? Ja. Ja, das ist nur so ein... Okay. Ist kein Boss-Fight-Versteckter oder so, ist einfach nur so ein... Wer weiß, vielleicht zieht mich das Ding jetzt zurück. Hallo. Ich kriege diese Steuerung. Flupp! Ja, kurz bevor ich draußen bin. Achso, guck mal auf die Karte, das ist blau. Alles. Genau, das war's. Das war's. Schade. Aber ist halt alles in der Nähe vom Zeremonienplatz, ne? Das stimmt. Hat wahrscheinlich auch was zu bedeuten. Das ist... Scheiße, was war ich heute schon drittst, ja? Warum den jetzt? Ich will nicht nur einen nach. Wie wechsel ich denn die Position? Macht er nicht. Mach mal jetzt F. Dann hab ich jetzt ins Boot gestiegen. Ja, aber da steht halt F. Ja. 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 Halt die Schnauze. Bitte. Ja. Ich hab doch bitte gesagt. Ja. 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 Wenn ja, einmal kurz abspeichern, dann weißt du, kennst du ja. Ja. Ja, kenn ich. Start mal neu. Und drei. Zwei. Nö. Ich verstehe das nicht, ne? Nö, ich auch nicht. Die Fölsch-Taste. Mach mal die Arme. Die wollen doch bestimmt, dass wir das machen, weil wir dadurch, dass das Kind, ähm... Entschuldigung, ja? Ja, also im Endeffekt hab ich so das Gefühl, wir erledigen deren Arbeit. Ja, oder? Ja. Oder Mutter Mirandas Arbeit. Ah, Rose is waiting for you. Oh! Aggressiver Ziegenbock-Tiergerät. Noch einer. Wo geht's hier? Ich hab mich nochmal lang. Ach, nee. Haben wir geschaut? Nee. Doch, hier sind wir zuerst in die Burg gekommen. Stimmt. Achso. Fische! Fische! Ich kann ja vielleicht gleich nochmal kochen gehen, du. Oder ich mach das nachher, aber... Ja, du kannst das nachher machen. Ich sammle dir schonmal Material. Gut. Das war's, ne? Andere Seite auch? Nee, das war's. So, er will hier lang fallen, glaub ich nicht, ne? Genau. Ja. Genau. Wir haben uns jetzt ja den richtigen Schlüssel zusammen gebastelt. Oder unten da. Müssen wir auch nochmal irgendwann hin. Oh! Den Dietrich holen! Und das ist doch... Ach nee, hier sind wir... Den Dietrich holen vor allem. Können ich mal den Dietrich benutzen. Das haben wir alles... Was rauszuholen. Ja, egal. Wir werden erst mal rein. Oh! Kutschtest du? Wir machen erst mal Heisenberg. Heisenberg! Den alten Schrott-Sammler. Ja, warte. Er will, glaub ich, dass du da reingehst. Viel Glück. Aber wir können ja nochmal links, ne? Stimmt, links. Wahrscheinlich auch nur irgendwie ein kleines Tier oder irgendwas. Hä? Sollen wir doch hier lang? Okay. Äh. Ich bin verwirrt. Ich geh doch nochmal zurück. Liegen ja viele Sprengfässer. Das hat irgendwas zu bedeuten. Ja, richtig. Wahrscheinlich kommen wir da raus oder so. Und müssen dann alles abfackeln. Wir gehen mal hier in Glück. Am besten nicht die Dinger berühren. Achso. Ja. Sprengt der gleich hier runter? Ne. Pfeffel rum. Ja. Pfeffel rum. Pfeffel rum. Ja. Pfeffel rum. Nur einer? Ne, da sitzt auch noch einer. Jetzt kommt bestimmt erstmal der mit dem Hammer. Meinst du? Links ist auch noch einer. Also. Jetzt hast du mir die ganze Falle versaut. Echt mal. Ja. Der kommt aber angerannte. Ja. Der wollte ja das Wichtiges sagen. Ja, war gut. Ja, war gut. Super. Das ist toll. Geh nochmal rechts jetzt da hoch gleich. Mach ich sofort. Warte kurz. Ja, ja, ja. Kannst du noch explosiv machen? Ja, mach mal. Keine Schaden. Ne, lass mal erst mal. Ne, lass mal erst mal. Wer weiß, wo soll ich hin? Da, genau. Da sind wir hoch. Auf die Bridge? Ja. Bridge. Aber da ist sonst nichts. Gibt's noch so'n Baum, ne? Ne. Was stimmt denn da noch rum? Ne, ich hab auch grad keine Ahnung, wer ist. Der hat noch nicht. Wer will nochmal? Gewinde, gewinde, gewinde. Geh nochmal rückwärts für 5 Mark. Neun Millimeter in den Kopf. Ah, es sind noch wieder ein paar mehr. Oh, ey, 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 ey. Was bist du für einer? Jetzt reicht's aber. Stopp. Aus. Das wollen wir nicht. Das haben wir früher so gemacht. Das machen wir aber nicht mehr. Nichts auf. In your face. Und hallo. Hey, bleib hier. Sehr schön. Ich wollte kurz sagen, was? Weil der, ah, da ist noch so'n Freak, wa? Da ist da einer. Gut, lass mal den. Wow. Oh, hätte ich jetzt gedacht, dass er so auf hat. Das ist ein COD-Spieler. Das ist ein CW-Spieler, ja. Da bist du ja. Bitte nicht, ich hab Angst. Also er ist ein Robin Hood. Er trifft immer dieselbe Stelle. Ja, das ist... Weg. Pfeile weg. Das ist nicht mehr jetzt. Ach, schon. Ich komm mich jetzt. Und dann komm ich halt zu dir. Ja. 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 Ich hab nur das Gefühl, dass ich hier schon wieder richtig laufe. Irgendwo schießt da noch einer los. Ach da. Komm, komm, wo die Krebs sind. Zwei. Wenn sie dicht genug sind, dann entwickle ich sie auch mit einem Schuss. Mhm. Das brennt doch gar nicht. Versuch noch mal aufzustehen ohne Kopf. Sehr gut. Sehr gut. Kann man machen. Muss man aber nicht. Das nennt man Einsatz fürs Team. Ja, echt. So. Oder so ein Schatz. Ja, stimmt. Hilf ich mir. Oder doch nicht, äh, meinst du? Da hoch oder so, weißt du? Stimmt, das kann auch sein, dass er da hoch ist. Da gucken wir doch mal. Da müssen wir erstmal hinkommen. Da ist es schon ein Leiter gleich. Hast du gesehen? Das ist ein Leiter gesehen. Ich kriege dieses Tor auf. Ja, das weiß ich nicht so. Da oben. Ja. Aber auf der anderen Seite ist auch noch mehr Treppe. Da. Da. Stimmt. Noch mehr? Sieben Stück, ne? Das hat doch was zu bedeuten. Wahrscheinlich, wenn du jetzt in Hebel gewiegst, kommen erstmal wieder ein paar. Das wäre witzig. Aber wir kommen jetzt auf die Seite. Ach, da. Wir müssen uns schaden. Ja, sicher. Wir müssen uns da zusammen. Wir müssen uns da mal sehen. Wir müssen uns da. Wir müssen uns da abatmen. Jetzt ist die Frage, wie kommst du da rüber? Da ist eine Leiter runtergegangen, wie du sagst. Echt jetzt, wo ich gerade den Kopf direkt getroffen habe? Diese Spielfeldzeit, oh, wie ein Nichts. Muss echt in die reinkriechen. Sexuell aktiv werden da. Sexuell aktiv werden. Oder war die vorher auch schon da? Die habe ich nicht gesehen. Ich habe keine Ahnung, ob die vorher da war. Das habe ich überhaupt nicht drauf geachtet. Ach so. Was? Leider, leider. Ich meine, was ich jetzt meine, ist, wie kommt man da rüber zum Schatz? Ja. Das. Also nicht, wie kommt man da rüber, sondern man muss ja da irgendwie noch, oder? Er spricht ja nicht. Oder? Nein, er spricht nicht. Oder? Nein, es bringt auch nichts, die Renntaste öfter zu drücken. Aber warte, da oben ist Schießpulver, okay. Warte mal, geh mal zurück. Ich wollte nochmal unten gucken. Ja, gleich, gleich. Okay, gleich. Geh mal ganz kurz ein Stück zurück. Dreh dich mal jetzt ein Stück nach links. Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Ist da nicht ein Seil? Aber da kommt er da hoch? Ja, das ist Kronleuchter. Deko. Deko. Immer diese Scheiß-Deko. Echt? Jetzt darf ich nochmal unten gucken? Ja, natürlich. Ich hatte jetzt nur dieses Seil da gesehen. Band oder Kronleuchter, Kabel, Deko dran. Aber nee, das wird auch nichts. Das muss weiter oben sein, irgendwie. Das ist halt die Frage, ob das was bringt, wenn man denn nochmal auf die verbleibenden Tonnen schießt. Ob sich denn da irgendwie was zusammen... Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Stell dich mal hier hin, geh mal auf die... Nee, das soll aber da sein. Ich weiß noch nicht, wo sollen wir jetzt lang? Ich habe keine Ahnung. Wir haben ja das Tor aufgemacht. Also tippe ich mal durch das Tor. Ja, aber unten ist ja auch noch was. Da ist ja noch eine andere Richtung. Ja, ja. Und die ich durch zuerst kommen wollte. Wahrscheinlich suchen wir jetzt einfach nur uns das... Ein von den beiden übeln... Soll ich hier durch? Oder soll ich nochmal bei der anderen Seite gucken? Ja, ich gehe hier durch. Von der anderen Seite beschlossen. So, jetzt... Ah, guck mal. Speicherpunkt. Wollt es auch gleich zu? Nee, ist auch. Oh, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Nee, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. So, meine Folge ist vorbei. Ja, nüt. Ja, zwei, drei Minuten hast du eigentlich nicht. Aber... Ah, okay. Ich gucke mal hier die Zeugs. Das war's ja auch schon wieder. Höher komme ich nicht. Ach, ich kann jetzt hier nur noch in den... Lykaner-Bau. Ja, es ist ein Lykaner-Bau. Es muss ihr Nest sein. Echt? Bin ich gar nicht drauf gekommen. Wie kommst du da drauf, Ethan? Ja, das was wird. Wenn ich das gleich machen muss... Du machst das schon, ne? Ich glaube, der hat's kommen sehen. Ja. Ich nütze. Au! Ja! Ja! Alles klar, das ist so schnisch. Ja, oah. Habe ich nichts? Nein, das ist nicht. Einmal reicht. Machen wir's auf die gute alte Wette. Ist ja gut. Nicht jetzt. Das war nicht dicht genug. Ich weiß nicht, ob man überhaupt alle töten muss oder ob man versucht, da durchzukommen oder so, weil... So viel Munition hat doch kein Mensch. Auf jeden Fall nicht bei RISI. Echt jetzt? Nee, nicht die. Nee, nicht die. das ist so langsam vielleicht kommt jetzt auch der große das ist so das ist so Na ja, dein Ernst Natürlich weichst du aus Aufertreppe Wie lange war ich da zu schießen, ey Ja, halt die Fresse und stirb Das ist Schrot Wichser Ja Oder nicht, noch gleich 50 Typen kommen Tut zu Gut vor ich Fresse Scheiße 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 Natürlich überlebt er dies, ne? Ja. Moment, wer macht das nicht? Du musst das sogar benutzen. Was denn? Na, den. Was war denn das, die Seilbahn, damit du da zur nächsten Treppe kommst? Oh stimmt, ja. Okay. Jetzt wird's weniger, ich glaub du hast recht, ich komm immer wieder. Das wär zu gut gewesen, hätt ich den so umgekickt. Ja, ne? Nichts da. Was? Ich hab doch... Ja. 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 Nichts da. Was? Ja. Ja. Schönen. Da ist mein Takt ausgestattet. Da ist mein Takt ausgestattet. Ja natürlich steht er hier auf. Und dann nochmal zwei Kugeln da rein. Das ist der große. Das war der große. Das sehe ich jetzt gerade an seinen Arm. Eine Schmutzposition. Auf jeden Fall haben wir wieder ordentlich Kohle. Das war's. Das war ja langweilig. Ja dann muss ich wohl weitermachen, wa? Ja. Wahrscheinlich nicht. Das glaube ich nicht. Magnum habe ich gar nicht benutzt. Da ist nichts. Gut, liebe Leute. Wir bedanken uns fürs Zuschauen. Und wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Bis dann. Hat Spaß gemacht. Ja. 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 Ja.